sitzbezüge in der kombination alkantara optik und vegan leder ja sie haben richtig gehört liebe zuschauerinnen zuschauer wir haben uns jetzt auch auf die neue sprache eingestellt und haben also tatsächlich hier sitze in vegan leder das schauen wir uns mal an der bastian ist an der kamera und fünf mal so ein bisschen auf den sitz also zwei unterschiedliche materialien die hier ihnen angeboten werden die sitzfläche in einem mikrofaserstoff der sehr stark der optik und der haptik von alkantara nachempfunden worden ist und die seitlichen halteelemente also die sitzwangen sozusagen in vegan leder man könnte auch kunstleder sagen aber vegan leder hört sich natürlich noch exklusiver an was man also bei diesem sitz feststellt ist dass durch diese etwas straffere durch dieses etwas straffere material der sitzwangen der sitz als solches ein extrem tolles seitenhalt gefühl aufweist und ich finde auch sehr schick und edel daher kommt wir haben es wie immer für den fahrersitz für den beifahrersitz und natürlich auch für unsere premium sitzbank da wir jetzt hier die alkantara optik eben im rücken und gesäß bereich haben und hier in der mitte noch mal die vegan leder struktur eingelassen ist kommt also schon fast der eindruck auf dass wir hier zwei einzeln sitze haben es ist aber die komfort sitzbank hier in der kombination mikrofaser in alkantara optik mit vegan leder